Boop boop! Ich liebe es, wenn Aufnahmen so anfangen. Dann könnte ich endlich mal merken... Ach, scheiße, die hat ja ja rausgenommen. ...neues Mikro über Discord. Oh, hey, cool, was finden hier die riesengroßen Eros? Vielleicht Grabenstein oder sowas. Ja, das ist nichts Wichtiges. Ich dachte, das wäre die Winchester. Die Winchester hab ich auch rausgenommen. Ach so. Die ist schon entfernt. Was meinst du, wo ich vorhin den Zorn neu gestartet hab? Ah, ich... na gut, ist preparing. Schlussig ist übrigens in der Gruft, da sind irgendwie zwei schwarze Eros übereinander. Die machen aber keinen Schaden, wenn sie durchlaufen. Das ist leider nicht, das ist leider nicht, was die machen. Nichts, gar nicht, das soll ein Geist wahrscheinlich sein, aber da fehlen uns wieder irgendwelche Texturen. Äh, Team Fortress hat Geister. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Oh, Turret. Oh, da hat ja jemand Turret aufgestellt. Herze weg, da ist was danach. Nein, ausnahmsweise nicht. Sicher. Ah, wow. Also, Nils war unten, ich war unten. Wo steht der überhaupt? Hi, Helge. Ich war da auch unten. Fuck, 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 fuck. Wer hat da unten so viele Granaten gespammt? Hier oben brennt er sogar. Alter, 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 alter. Moment, wie ist das Feuer hier nach oben gekommen? Durch die Inziver, durch das Disco wahrscheinlich. Das kann durch Wende dann durch? Okay, das wusste ich nicht. Naja, das springt überall hin. Das wusste ich nicht. Ist hier Dorian. Was? Wo ist der Turret eigentlich? Ich hab einfach meinen Taschen rausgemacht, Dorian. Ich hab Angst. Bitte? Hä? Wo siehst du mich schon wieder? Hä, Betze, hi, ciao. Hi. Ich hab Angst. Ah, da hinten ist Nils. Und das Putzke? Ja. Nils? Ja, wer sonst? Wer sitzt wohl sonst in der dunklen Ecke? Ich bleib in meiner Ecke. Ich hab mich jetzt versteckt. Du weißt doch, ich sitze in meinem Bunker. Hier ist ein Sarkophag mit einem Knopf. Kann der Traitor ihn vielleicht aufmachen? Äh, ne, haben wir schon mal ausprobiert. Da, da ist irgendwie keine Funktion irgendwie. Ja. Das kann sein, dass da was sein soll. Ich glaube, der Sitz ist gerade gestorben. Der ist vor mir hier in so ein Loch gesprungen. Okay, ey. Könntest du ihn confirm? Ich hab'n Schuss gehört. Nein, er ist in ein Loch gesprungen und durch Fallschaden gestorben. Ich glaube nicht, dass ich ihn gleich aufbringe. Nils? Okay, wer von euch war's? Ja. Hä? Ja, einer von euch beiden hat gerade Nils gekillt. Ja, ich bin oben auf dem Mausoleum drauf. Ich kann's nicht gewissen sein. Du bist geblieben. Dorian? Was? Verzieh dich. Du hast ne Schrotze. Ich hab ne Schrotze eben gehört. Töte ihn. Das hat gesehen von mir noch der letzte der Lehmann. Ja, deshalb ja. Du könntest aber auch ne Schrot haben. Ja, ich hab ne Schrot, aber ich war oben drauf auf dem Mausoleum oder was das hier ist. Ich mach' kein Random Kill mehr. Dann passt wenigstens so lange auf, dass du nicht stirbst, bis ich Dorian gefunden habe. Und ich tot bin oder er tot ist. Okay, da liegt jemand tot. Das ist unklar. Oh, das Lustige ist, jetzt bin ich doch nicht mal so. Jetzt bin ich nämlich reingegangen. Läuft. Hast du gut gemacht, Dorian? Was? Jaha. Wo höre ich jetzt eigentlich Musik? Da ist er, Dorian, schießt auf mich. Verdammt. Hab ich doch gesagt, ey. Ja, ist ja gut. Ich wollte halt kein Random Kill riskieren. Schade, ich darf dir nach dem Bett zu sich setzen. Und wenn du es so umgebracht hast, läuft es eigentlich ganz gut. Weißt du, ich konnte es doch schon alleine mit dem Turret nicht gewesen sein, also von daher. Ja. Also beim Turret hätten wir schon Dorian vermuten müssen, weil der ist einfach der einzige ist, der Turret benutzt. Das Ding ist, wenn ich jetzt nicht mitspiele, kann ich einfach irgendwer Turrets nehmen und ihr seid einfach total verwirrt. Ja. Das stimmt. Oder wenn du mitspielst, kann ich jemanden Turret nehmen und dann ist egal was du setzt, dann bist du es einfach. Okay. Äh, Dorian. Was hast du denn gerade hochgeworfen? Eine Disco. Ah, okay. Geistert. Zum Mitnehmen. Hi, wie auch immer von mir ist. Hallo, Dorian. Tschüss, Dorian. Deswegen kann man es so aufmachen. Wow. Jetzt kann ich mich tiefer bewegen. Das ist meine Ecke Stärke. Alter, könnt ihr mal bitte aufhören mit diesen Scheißgranaten die ganze Zeit? Nein, das musste sein. Es war zwar gar nicht mehr so eine schlaue Idee, aber es musste sein. Hallo, Putzke. Hi. Putzke, du hast einen Teufel draufgestellt. Da sind keine Schafe. Oh Mann! Da habe ich mir gerade eine vernünftige Waffe geholt. Jetzt schlüsse ich mich in den Tod. Tschüss. Eigentlich ist das kein Grund. Die Idee war ja nicht blöd, aber es nicht funktioniert. Also ich hätte es nicht jetzt direkt gemacht. Ich hätte es später mal versucht mit einem Tyret. Nee, direkt im Anschluss. Die Idee war gut, an der Umsetzung mangelte es. Die Idee war gut, aber die Arme waren zu kurz. Lass dich nicht erwischen, wenn du den aufstellst. Das auch. Ja gut, wer konnte doch bitte schon wieder Nils hinter mir vermuten. Ich stehe immer hinter dir. Ich stehe jetzt gerade auch hinter dir. Was? Ich stehe immer hinter dir. Ich stehe immer hinter dir. Im Real Life, nicht im Spiel. Du kannst nicht jemanden sicher hören. Hey, hinter mir ist die Wand bzw. der Spülkasten von der Toilette. Weißt du, wo ich bin? Moment, was? Spülkasten von der Toilette, David. Hä? Du zockst also aufm Klo, ich verstehe. Du zockst aufm Klo. Oder hast du ein Klo in deinen Stuhl integriert? Respekt mit Spülkasten? Hm, wäre ich, äh, nicht schlecht. Ich meine, wer... Ich hab so nachhinein drüber nachgedacht, das ist keine dumme Idee. Doch, ist es. Erleichterung, man könnte immer zocken. Und scheißen. Zocken und scheißen. Hallo Betze, tschüss Betze. Zu viele Menschen. Ich sehe Errors. Äh, nicht nur du. Ich sehe Fehler, Hilfe. Ich sehe Betze. Ich sehe Fehler. Oh, ein Putzner. Alter. Wo bist du Junge? Das ist egal. Komm, wir laufen beide ohne, äh, Flashlight rum. Äh, das mache ich meistens, damit die Trader nicht wissen, wo ich bin. Ich pinge ab und zu. Was macht ihr hier mit Granaten? Helge, wie kamst du eigentlich auf die Krypte da oben drauf? Das ist ein Geheimnis. Hallo Dorian. Das können, das können nur die Pro-Gamer, tut mir leid. Hast du die Granaten gespammt? Die erste da oben kam er von mir, aber warum? Hast du die zweite gespammt? Nein. Also, also eine Instie hab ich geworfen, aber gespammt hab ich nicht. Ja, scheinbar so. Die kam nicht auf mich zu, danke. Oben, über uns in Schüsse, über uns in Schüsse. Na? Aber du hast nicht geschossen, der stand hier vor mir. Hey Betze, warum bist du wirklich wundet? Ja, vielleicht wegen dem vielen Feuer. Hä, wir hätten euch gerade geschossen. Ich? Warum hast du geschossen? Ich dachte, hier geht was kaputt. Aber es ging nicht kaputt, Betze. Was denn? Ich trau dir nicht, auch wenn du... Ach ne. Hallo David, was ist David? Hä? Lol, ich bin Helge. Hi, schön dich kennenzulernen. Nein, hinter dir war Nils. Hä? Nein, kann nicht sein. Dann haben wir... Ey, wer von euch hat gerade knapp an mir vorbeigeschossen? Das müsste Betze gewesen sein. Hm? Äh, Leute. Nö. Wo ist Dorian? Eben, also es kann sein, dass Dorian... Es könnte sein, dass Dorian Disguiser benutzt hat, für mich. Also Dorian jetzt auch als ich rumwann, das kann sein. Nee, David, du bist an mir vorbeigeschann. Bis Betze. Bis Betze. Nein, nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich hab tatsächlich Helge gesehen, aber... Ja, hallo Betze. Hallo Betze. Ich weitergedreht hab auch direkt Dorian da. Nils da. Nils? Hm? Also ich bin jetzt hier grad irgendwo in der Ecke. Ich bin mal Putzke. Hi. Ja. Du bist bei mir, das macht mir Angst. Geh weg. Ich stand doch grad vor dir, du Idiot. Ich weiß. Das macht mir trotzdem Angst. Achso. Okay. Hallala. Hey Traitor, du solltest mal aktiv werden. Ah. Flashlight. Was machst du mir eigentlich gerade? Nein, ich renne glaube ich genau wie du hier im Kreis, nur in den Gegensatz der Richtung. Das ist scheiße. Einer von uns beiden sollte mal die Richtung rennen. Hallo Betze. Was machst du hier? Das ist mein... Ich suche eigentlich grad was. Ich suche eigentlich grad was. Ich suche eigentlich grad was. Ja. Ich find's nur nicht mehr. Ach, warum kreist du mich denn jetzt hier so? Tja, ich will nicht, dass du mir ein Heady gibst. Er ist ein Hai, er umkreist seine Beute. Tja. Okay, du gehst das. Oh nein, da bin ich wies. Dumb-badam-dumb-dumb. Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb. Wann, du bist das besonders bei dir death? Ja, weil ich hier runtergefallen bin. Uncool. Tu sowas nicht. Tschüss. Alter, hier gibt's die Treppe runter und ich spring hier in den Tod fast. Warst du das gerade, der der Betteley, der dann near death war? Oh! Betteley ich bin, dat. Ich bin near death. Hallo? Was ist denn hier unten drin? Ah, hier ist er. Hilfe, Betz ist immerhin. Oh, wer schießt? Ich schießt wer? Ich schieße, keine Ahnung. Helge, du kannst bezeugen, ich weiß nicht. Hi, Helge. Ach, fuck, ich hab' einen Schuss verkackt. Helge, ich bin direkt neben dir. Hier ist Nils, hi. Ja, wir haben einen Sprung verkackt. Betz? Ja. Gut. Ich dachte schon, äh, ein Präher schieben sie wieder auf mich, dass ich irgendwie was gekillt hätte oder so. Das wär' ja normal. Ja, wer hat dann da auf was geschossen? Betz, wieso bist du near death? Weil ich eben nochmal runtergefallen bin. erst das Feuer und den runtergefallen. Oh, Mann. Kann man doch mal irgendwo anders hin? Wo war denn das? Ah, fuck, schon wieder runtergefallen. Oh. Oh. Hier ist mein Gl- Du, du hast den Ort auch wirklich entdeckt. Betze? Ja. Wer war's denn eigentlich? Ich war's. Achso. Verpasst du da niemand mehr gesehen? Hast du grad die, hast du grad'n Baby in der Hand? Nee. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Auf einmal explodiert er einfach. Ah, das tat gut. Glaub dir, das macht gleich'n Random Kill. Sorry für den Random Kill. Ich entschuldige mich da jetzt schonmal. Das war nicht. Oh, Alter, 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 Alter. Hallo Helge. Das war noch nicht Helge. Also, ich bin grad' runtergegangen. Wo es nur so macht, dass es auch geht. Oh, Alter, 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 Alter. Ich hab' ein Problem jetzt, dann die Scheiße einfach. Das ist Putzke. Das war nicht jetzt. Keine Ahnung. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ich dachte, ich bin dort Schnucki. Du bist Schnucki Nummer 2, nur wenn Bette keine Zeit hat. Awww. Naja, ich hab' Kitty. Okay. Gert? Aber Kitty Gert. Mach' mich fertig. Mach' mich fertig. Ich hab' Tee. Das ist aber noch besser. Das ist gut. Hallo, Dorian. Ach, hi Nils, okay. Hi, Dorian. Pickt euch mit euren beschissenen Brandgranaten. Na, 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 na. Wer ist das denn? David hat grad jemanden umgebracht. Hab' ich nicht? Doch, David ist es. Vielleicht so lustig ist, ich stand direkt hinter dir. Hab' ich gar nicht. Ich glaub' man recht vor entfernt jemanden sterben. Also ich, also ich leb' noch. Und das kotzt David an. Stimmt. Mann, stimmt doch. Bummerfing, oder was war das? Na, na, na gut, dann kann ich ja jetzt hier. War das ein Bummerfing, oder was war das? Ja. Oh, da hat jemand dein Turret. Ja, das war doch du ja. Verdammt. Das Turret finde ich gar nicht mal so nützlich eigentlich. Das ist zwar alles nett, aber... Es kann richtig mies werden, wenn du es richtig platzierst. Ja, aber da brauchst du halt auf dem Map auch gut raus. Es gibt nicht auf allen Maps gute Turret-Spots, aber... Zum Beispiel hier auf dieser Toy-Soldier-Map ist total nutzlos so. Ja, alle größten, alle Sniper-Maps sind eigentlich nutzlos. Ja. Hi Helge. Oh, hi David, schieß David. Super, ich hab' noch nicht mal ne Wache. Ich glaub' ich sollte mal da runter. Komm her, Schnucki, hi. Ich suche auch an einer einständigen Waffe. Äh, geh, geh, geh weg. Danke. Hi, wer auch immer das war. Ah. Wir sind noch auf dem McTens, Dorian. Unge Schrotze. Ja. McTens benutze ich nicht. McTens sind kacke. Oi, Betze, was machst du denn bei mir? Hey Helge. Könntest du bitte mal da rausgehen? Da unten. Jetzt bin ich ja gerade nicht. Ja, da unten gehen aber grad Granaten, aber ich bin hier raus. Waaah, wer ist da? Hi Helge. Ich stehe da drüben. Ich stehe da drüben. Ah, Helge, Feuer. Feuer, Helge. Wie jetzt alles gebrannt hat? Feuer, Feuer, Feuer. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich hab's irgendwie überlebt. Ohne Schalt zu nem Dorian. Hey Helge. Komm, Moment, Moment, das geht, das geht. Man kann. Hey Helge. Hä? Alles gut. Alles gut. Alles gut, okay. Hey. Hey, Betze. Zahn. Doch, übrigens ist es Dorian. Er hat gerade Nils weggesniped. Wird ihn gerne bestätigen, aber ich habe Angst, dass ich gleich umgebracht werde. Scheiße. Was ist hier los? Irgendwo ist hier Dorian. Pass auf. Schieß bitte nicht auf mich, wenn du mich siehst. Nein, er hat, äh, definitiv... Recht am Austausch, dann kommst du früh hier raus. Dorian, das nehme ich dir jetzt persönlich. Ich war gerade dabei mit dem Map rum zu experimentieren. Was? Ich war gerade dabei mit dem Map rum zu experimentieren und du bringst mich einfach rum, du Arsch. Mit dem was? Mit der Map. Mit der Map. Achso. Ja. Na? Komm, zeig dich. Oh ja, Hilfe, ich springe wieder rum. Ich bin sehr gut. Man sieht dich auch, wenn du im Dead Springer bist. Man sieht zwar nur deinen Namen, aber nicht den Rest, aber trotzdem kann man dich abschießen. Ich weiß. Nein, mein Problem war, dass ich wieder irgendwie rumgesprungen bin durch irgendwelche... Ich auch. Und genau in dem Moment habe ich dich erst gesehen. Oh je, ein Rifle. Genau dieser Rifle funktioniert das immer noch nicht. Ja, schon besser. Hey, diegel. Ich will auch eine Diegel. Robin, wie lange brauchst du noch? Immer noch bei der Sounddatei. Trotz mehrfach abbrechen, Leute. Hi. Ja, die Sounddatei war auch immer, ich weiß nicht genau warum. Kommt drauf an, wie groß ist das? Ich versuchte es außerhalb von Garrys Mod zu machen, dass du es über Steam herunterlädst. Das könnte dann schneller gehen, ja. Könnte ich mal ausprobieren. Garrys Mod zu machen, weil Steam auf Downloads und dann Garrys Mod nach ganz oben setzen. Was ist das? Ach, Putzke. Erschießen. Äh. Da hat sich gerade jemand die Beine gebraucht. Nein, es ist jemand tot. Was? Hallo, ich möchte... Ja, ich kann die Leiche gerade nur schlecht bestätigen, weil die im Aero hängt. Das ist blöd. Das ist blöd. Warte. Warte. Das ist Dead Ringer. Ich habe mich schon gewundert, weil ich nur die Beine brechen gehört habe, aber keinen Todes. Frage, wer hat mich jetzt erschossen und warum? Ich. Warum? Weil du aus dem Dead Ringer rauskamst. Das kannst du gar nicht gesehen haben. Nein, ich habe es aber gehört. Und die anderen beiden standen vor mir. Ich habe von links dieses Geräusch gehört. Und genau in dem Moment kamst du hinter deinem Haus her und hast geschossen vorher. Okay. Nils, nein! Was denn? Er hat jetzt wieder Angst.